Nein, fehlt hier nicht etwas? Wasser, Wasserknappheit. Ich, ich, mein Tipp ist, Wasserknappheit, wie schlimm werden Kriege, wenn es nicht mehr um Öl geht, sondern um Wasser? Das ist natürlich ein spektakuläres Thema, ist auch wichtig, aber jetzt müssen wir vielleicht noch kurz erklären, normalerweise ist hier immer ein kleines Requisit auf dem Tisch, was unser Thema anzeigt. Und jetzt ist hier nichts, außer unseren Wassergläsern. Deswegen, Wasserknappheit kann ja nicht sein. Ich habe hier genug Wasser. Schlechte Klingeltöne? Ach so, Social Media. Das ist ja TikTok und Ex. Man darf ja nicht mehr Twitter, darf man nicht mehr Twitter sagen eigentlich? Also das ist ja TikTok auf jeden Fall jetzt gerade gewesen, so viel TikTok-Prinz. Ach so. Nachrichten. Ja, ja. Okay, danke, wir haben es verstanden. Da klappt. Na, seid ihr schon genervt? Ja. Ja, seid ihr auch nicht alleine damit. Ihr habt richtig geraten, es geht heute um Social Media. Viele Menschen sind mit der Zeit, die sie auf Social Media verbringen, unzufrieden. Forscher haben zudem herausgefunden, dass Depressionen durch Social Media verstärkt werden können und gerade junge Mädchen sich durch die Schönheitsideale auf Instagram unter Druck gesetzt fühlen. Zusätzlich werden Befürchtungen immer lauter, dass wir durch die ständige Beschallung an Kreativität und Produktivität verlieren können. Und dazu kommt natürlich auch, Meta und die ganzen Plattformen stehen ständig in der Kritik, zu viele Daten über uns zu sammeln. Mit diesen Daten dann eben auch unter anderem Wahlkämpfe geführt werden und beeinflusst werden. Und im Endeffekt haben wir die Apps trotzdem alle auf unseren ganzen Handys. Unsere Bildschirmzeiten werden auch nicht weniger und wir füttern die Algorithmen fröhlich weiter. Deswegen die Leitfrage für euch heute, Ari und Meini. Ich habe ein bisschen Angst vor der Frage. Sollten wir Social Media nicht einfach löschen? Nein! Oh, das ist eine gute Frage für uns. Ja, es ist ein bisschen wie mit dem Pudding im Kühlschrank. Schon 22 Uhr, ich sollte jetzt gar nicht mehr so viel Zucker, aber naja, eigentlich könnte man... Boah, den könnte ich... Weißt du, den könnte ich so lange da stehen lassen, bis er da verschimmelt in seinem Kühlschrank. Pudding ist doch einfach so, das ist doch einfach... Ich liebe Pudding. Sagen wir lieber über Pudding-Geräte? Ja, das ist genau das Gleiche wie Social Media. Also sagen wir mal so. Ich glaube, und das ist ein Problem der Menschheit. Wir machen es jetzt erstmal und dann schauen wir mal, wie es wird. Und dann, wie es wird, wie es wird, kommt auch übrigens aus Social Media. Ja, also manche Sachen sind super und manches läuft richtig schief. Und dann merkt man sehr langsam, ach so, das ist ja blöd, da müssen wir jetzt was machen. Und so ist es, glaube ich, auch zum Beispiel mit Instagram. Und ich bin wahnsinnig froh, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo es kein Instagram gab. Und ich habe schon Body Issues gehabt. Und da habe ich es heute noch. Das ist ja Sozialisation. Und viele Freunde von mir auch. Ich möchte nicht wissen, wie es jetzt Mädchen und Jungs gibt, die zwölf sind oder so. So, und trotzdem machst du ja eifrig mit. Natürlich zum Teil berufsbedingt, aber zum Teil auch so. Ich meine, du saßt hier auch neben, gerade hier neben dem Studio und hast dann auch rumgedaddelt und so. Wie viele Vollies hast du? 220. 220. 220.000. Das heißt, du machst das mit deiner ganzen Gefolgschaft da ja quasi auch mit. Beziehungsweise du bist die Vortänzerin. Also die machen dann bei dir mit und so weiter. Also du hängst da mit drin. Absolut. Und wenn wir hinterher zum Schluss kommen sollten, dass das alles nicht so gut ist und dass man es abschaffen sollte, dann bist du mitschuldig. Ja, absolut. Und ich auch ein bisschen. Ich habe ja Insta und TikTok und irgendwann kam ich da drauf, Instagram tut mir überhaupt nicht gut, weil ich anscheinend mich nicht davon distanzieren kann, mich zu vergleichen mit den Beiträgen von anderen. Die machen das, die sind hier, die sehen so aus. Das kann ich nicht, das kann ich aber anscheinend nicht distanzieren. Und deswegen merke ich, wie schlecht Instagram mir tut, weil ich auch mit vielen befreundet bin. Und deswegen habe ich bei meinem TikTok-Account von Anfang an gesagt, ich folge niemandem, den ich kenne oder mit dem ich mich vergleichen könnte. Also dir zum Beispiel folge ich nicht, ich folge keinen Moderatorinnen. Du kannst dich ja mit jedem vergleichen. Also da kommt irgendeine andere Frau, die hat irgendwas an, die sieht irgendwie aus und schon zack ist der Vergleich da. Ach so, ja, das ist aber nicht in meinem Algorithmus, muss ich sagen. Also natürlich wird wahrscheinlich TikTok auch was mit mir machen, aber das Vergleichen, merke ich, passiert dort nicht. Gut, du machst sehr viel aktiv, um das zu verhindern. Das finde ich auch sehr interessant. Also ich glaube, dieses Vergleicherei-Problem, ich meine, das ist ein Grundproblem von Social Media und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Menschen, egal welchen Alters, aber vielleicht auch besonders viele junge Menschen, eben dieses Problem haben, weil sie erstmal unterscheiden müssen, was kann man da eigentlich ernst nehmen, was ist Realität, was nicht. Und natürlich am Ende, ja, es gibt Menschen, die sehen sogar wirklich besser aus als man selbst. Die haben wirklich ein geileres Leben. Also auch das ist ja, ich finde auch manchmal, das heißt ja, ist alles fake. Ja, bestimmt zum Teil, zum Teil auch nicht. Und das ist jetzt halt die Ungerechtigkeit des Lebens, dass es so ist. Es gibt Menschen, denen geht es besser, es gibt Menschen, denen geht es schlechter, es gibt Menschen, die sehen besser aus und so weiter. Das sind sportliche, alles Mögliche. Das macht, glaube ich, mit jedem Menschen was. Ich bin vielleicht nicht ganz so, also ich will mich gar nicht freimachen von dieser Vergleicherei. Ich bin da, glaube ich, vielleicht nicht ganz so anfällig oder ich bin einfach abgestumpft, einfach ein Holzklotz. Dead inside. Gefühllos, genau, und bin einfach resigniert und da bin ich schon drüber. Oder du bist einfach so geil, dass du denkst, na, mit dem Leben soll ich mich vergleichen. Das kann ich versichern, kann ich dir und euch allen versichern. Nee, ist nicht so. Ist doch dead inside. Mein Leben ist gar nicht so toll. Also das ist schon so. Nur ich habe da, also das Problem hatte ich nicht, aber es ist auf jeden Fall auch ein Zeitfresser. Und das, was du mit den negativen Nachrichten sagst, dem stimme ich dir emotional zwar zu. Also negative Nachrichten können einem runterziehen. Ich für mich schalte die aber nicht weg, sondern ich ziehe mir die ganz bewusst rein, weil ich es auch total wichtig finde, das alles mitzukriegen. Das macht bestimmt auch was mit mir, aber ich habe auch da schon für mich gelernt, irgendwie damit umzugehen, weil ich so ein bisschen, da kommt wieder der abgestumpfte Holzklotz aus mir heraus. Es gibt ja einen Grund, warum ihr euch als abgestumpft bezeichnet. Bitte sprich dann nur über Sebastian, ich will in das Blühende leben. Die Ari ist ein zartes Pflänzchen, die schützt sich ja, die schließt sich ein, schmeißt ihr Handy weg, damit ihre zarte Seele nicht berührt wird. Aber ich bin ein massiver Holzklotz und mir kannst du gar nichts. Wahrscheinlich, weil du eben sehr viel Zeit auf diesen sozialen Netzwerken verbringst. Und das wiederum ist ja genau das Ziel von diesen sozialen Netzwerken, dich also sehr, sehr lange möglichst mit Inhalten zu füllen. Dass du dran bleibst und dass du nach und nach auch deine Daten zum Beispiel preisgibst. Sie haben dich. Sie haben dich. Und die Frage ist ja auch. Ich wissen nur, wann du geboren bist. Was können die da schon mit anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sie haben auf jeden Fall eine Taktik, wie, also diese sozialen Medien und die Plattformbetreiber, wie sie euch und wie sie uns alle möglichst lange auf ihren Kanälen sozusagen halten. Wir haben bei Professor Dr. Christian Montag nachgefragt, der an der Uni Ulm Professor für molekulare Psychologie ist und unter anderem zum Einfluss von Social Media und Smartphones auf unser Gehirn forscht. Und der Grund, warum man eben so lange an diesen Smartphones hängt, ist der folgende. Die Industrie hat gerade im Zuges Datengeschäftsmodell natürlich alles dafür getan, dass Menschen mehr Zeit online verbringen, als sie es vielleicht eigentlich wollen. Haben dafür gezielt auch Design-Elemente entwickelt. Und das heißt, es ist einmal der Like-Button, der über soziale Belohnung funktioniert und so Leute natürlich immer wieder auf die Plattform bringt. Das sind schon Erwartungen, dass da was Tolles passieren könnte. Das sind Dinge wie die Lesebestätigung, die wir bei vielen Messengern finden, die auch zu den sozialen Netzwerken gehören. Das heißt, ich habe eine Nachricht verschickt und ich sehe dann, die andere Person hat es gelesen und die fühlt sich dann vielleicht unter Druck gesetzt, sofort zu antworten. Erstmal wieder schneller auf der Plattform drauf. Das sind Dinge wie Personalisierung. Das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, es war nicht immer so, dass ein Newsfeed zum Beispiel mir nur das gezeigt hat, was mich vielleicht interessiert aufgrund meiner digitalen Nutzungshistorie, die hier aufgezeichnet worden ist, sondern dass da irgendwie alles gezeigt worden ist. Dann bin ich ja drauf gekommen und habe gesagt, langweilig, langweilig, interessiert mich eigentlich auch nicht. Und dann sind die Leute von der Plattform gegangen. Also das heißt, Personalisierung ist ein zentrales Design-Element. Und dann darf man nicht vergessen, dass es auch sowas wie Endless-Scrolling gibt. Also das heißt, dass man versucht, hier immer weiter Inhalte zu produzieren, im Gegensatz zu früher, wo ich auf der Webseite war. Ich habe die irgendwie alles gelesen, was drauf war. Ja, und dann habe ich gesagt, hier gibt es nichts Neues mehr. Also habe ich zugemacht. Heute ziehe ich die App dann irgendwie nach unten und dann kommt dann schon wieder ein neuer Inhalt, ein neuer Inhalt, sodass eigentlich dieses natürliche Ende, was es mal gab, abgeschafft worden ist dadurch. Und das gepaart natürlich mit Inhalten, die mich interessieren, werden mich besonders gefangen nehmen und auf der Plattform halten. TikTok ist ja da der Endgegner. Genau, TikTok würde ich auch sagen, hat das Ende des Endes erfunden. Also ich meine, das ist ja wirklich richtig krass, weil da kann... Das funktioniert so gut. Ja, vor allen Dingen, du gibst einmal was ein. Also irgendwann fängst du ja mal an, nach irgendwas zu suchen. Irgendeinem Menschen oder irgendeinem Stichwort. Ja. Und dann ist dieser Algorithmus so... Achso, nee, nee, nee. Ich habe das noch nie gemacht. Ich gucke nur der Algorithmus bei mir. Ich habe noch nie was eingegeben. Ja, okay. Der Algorithmus bei mir merkt nur, ah, zwei Sekunden, zwei, fünf Sekunden. Du hast es erst darauf ankommen lassen. Crazy fuck. Dann funktioniert es auch. Ja, es funktioniert egal wie. TikTok kennt dich ganz schnell und dieser Algorithmus ist perfide gut. Ja. Weil du kriegst ja dann nur endlos das, was dich potenziell interessiert und so. Und das ist auch, das ist, also das ist der krasseste, noch nicht von der absoluten Watchtime bei mir, aber von der relativen ist es der absolute Zeitfresser. Weil während ich viel Zeit auch auf YouTube verbringe oder vielleicht auf Insta, aber da vielleicht gezielter mich auch über Sachen informiere, ist TikTok nur Unterhaltung. Und dann denke ich mir so, okay, was hast du die letzte halbe Stunde eigentlich gemacht? Weil einem eben sehr, sehr schnell langweilig wird und dann greift man als allererstes zum Smartphone und auch dazu hat Professor Dr. Montag nochmal uns was gesagt. Ich halte das deswegen für einen sehr interessanten Zusammenhang, denn wir haben eine Industrie, die an uns zieht, uns die ganze Zeit auf die Plattform drauf zu bringen, um uns dort zu beschallen, uns abzulenken. Da beschäftigen wir uns aber gar nicht mehr mit uns selber wirklich, sondern wir sind am Konsumieren häufig. Viele sind dann gerade in so einem passiven Modus und lassen sich dann berieseln. Und auf der anderen Seite heißt eben Langeweile natürlich, dass wir im Idealfall in diese Mindwondering-Schleife reinkommen, die dann auch Kreativität erzeugen kann. Das heißt eine überatmende Selbstreflexion und die findet, das ist zumindest meine These in einem Zeitalter, wo eben alle an uns reißen, Aufmerksamkeitsökonomie, um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Da wird es zumindest deutlich erschwert, dass wir diese Phasen haben, in denen wir mal reflektiv über den Alltag nachdenken können. Ich wollte es gerade sagen, als Lukas gesagt hat, ja, wir haben so viel Langeweile. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel Langeweile. Ich würde auch sagen, ich habe eigentlich fast immer was zu tun, beziehungsweise könnte immer irgendwas in Anführungszeichen Sinnvolles tun. Und trotzdem hänge ich ja viel am Handy. Das ist ja dann nicht, weil ich wirklich echte Langeweile habe, sondern weil ich so denke, ach, das ist jetzt was Besseres. Also von mir aus einfach nur was Leichteres, was Unterhaltsameres, was Angenehmeres. Wenn man jetzt wirklich sein Leben lang quasi nur Zeit auf TikTok verbringt, dann würde man am Sterbebett liegen und dann würde man gefragt werden, was hast du in deinem Leben gemacht? Und dann würde man sich tatsächlich inhaltlich an nichts erinnern. Weil das ist so, ich kann auch wirklich, wenn ich das Handy weglege und war eine halbe Stunde auf TikTok, ich kann sagen, ja, da haben irgendwelche Tricks mit dem Fußball gemacht. Und da waren so ein paar andere Sportsachen noch. Und dann gab es, irgendwer hat zu irgendwelchen aktuellen TikTok-Musiktrends ist dadurch das Bild gehüpft. Aber wirklich weiß ich es nicht, weil es waren 50 verschiedene Menschen, alles ganz kurze Schnipsel und so richtig mitgenommen habe ich eigentlich gar nichts. Also ich möchte mich nicht berüsten, aber hier und da schaue ich mir auch was Wissenhaftes an, möchte ich sagen. Da ist hier und da mal was Wissenswertes dabei, aber wenn ich das jetzt bis zum Ende meines Lebens machen würde und jetzt sagen wir mal, toi toi toi, ich werde mit 90 sterben, werde ich das Gefühl haben, das waren doch die letzten drei Jahre, das ist so schnell vorbeigegangen. Es ist egal, was du mitnimmst oder nicht, die Zeit rast vorbei. Das stimmt. Und es ist auch in Real Life vielleicht manchmal schwieriger, weil den, was weiß ich, den Freund, den du triffst oder so, ich meine, den hast du jetzt schon hundertmal getroffen, weil es ist so das Gleiche. Ja, und außerdem kannst du dir nach zwei Minuten auch nicht wegswipen und denken, nee, ich brauche mal einen neuen. Genau, ich swipe dich hoch, das war doch jetzt gar nichts, das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt, langweilig. Nächste Geschichte. Wie geht denn dein Algorithmus eigentlich, sag mal? Nächste. Genau, so. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin ja, ich kann ja hier immer kritisch reden, aber ich benutze es ja trotzdem alles. Wobei ich bei TikTok zum ersten Mal für mich persönlich gemerkt habe, boah, dieser Algorithmus ist nochmal ein anderes Level und ich muss selbst für mich in gewisser Weise was tun, weil ich mich über mich selbst ärgere, wenn ich hinterher so viel Zeit verdattelt habe für einfach gar nichts. Dann stehe ich auf vom Sofa oder von wo auch immer und denke so, Alter, bist du bescheuert? Eine Stunde. Guck mal auf die Uhr und das ist jetzt dein Sonntag, dass du auf dem Sofa sitzt und TikTok-Videos anguckst. Ich glaube, es geht los. Und da zwinge ich mich schon ein bisschen dazu. Bei allem anderen bin ich noch nicht so weit oder red mir mal ein, ja, ist aber ein bisschen sinnvoll, weil so ein bisschen mache ich das ja auch beruflich. Du, da muss ich sagen, da müssen wir uns auch schützen und ich habe mich geschützt. Ich bin tätig geworden. Ich bin für mich eingestanden und deswegen ist Instagram und TikTok bei mir auf meinem Smartphone auf der zweiten Seite und nicht mehr auf der ersten. Aber das ist ja albern, dass man sich selber austricksen muss. Und weißt du, was mich wirklich provoziert? Ne, was heißt provoziert? Sehr traurig macht. Wir haben ja gelernt, TikTok ist eine Plattform, die genau weiß, wie tickst du, was können wir dir verkaufen. Wir haben dich im Haken und zwar in drei Slides. Und das stimmt. Und dann besitzen die die Frischheit, mir noch verkaufen zu wollen, dass sie karen. Und deswegen kommt irgendwann mal der kleine Slide, mach mal eine Pause. Wo ich mir denke, tick, du erzählst mir, ich soll eine Pause machen. Und dann habe ich das Gefühl. Den kriegst du bei TikTok? Ja. Den kriege ich nicht. Ich habe bestimmt schon eine Stunde verbracht da und habe das nicht bekommen. Oder die denken halt so, die Ari mit ihrer zarten Seele braucht es, aber der Holzklotz meine ich, der braucht es nicht. Sie wüssten es. Tatsächlich das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, und da wusste ich noch nicht, wie krass TikTok ist, dachte ich, toll. Und das ist ja eine tolle Plattform, dass die da auch mitdenkt. Genau. Und jetzt denke ich mir, oh Gott, ich muss jetzt auflegen. Apropos Selfcare. Es gibt ja auch immer wieder Einspieler, wo es drum geht. ADHS, Essstörungen, Depressionen und so weiter und so fort. Dass man einfach dazu Videos angezeigt bekommt und dass man sich selber denkt, oh, könnte ich das vielleicht auch haben? Habe ich das vielleicht sogar? Weil der Algorithmus dann schon so darauf gepolt ist, dir das in Massen sozusagen auszuspielen. Und Eva Schulz, kennt ihr ja von Deutschland3000, hat dazu die Psychologin Anke Glasmeier gefragt, wie sie zu so einem Mental Health Content steht. Du als Psychotherapeutin, wie blickst du denn aus der Profi-Perspektive auf diese Art von Inhalt oder was kritisierst du daran vielleicht? Also es ist unterschiedlich. Ich habe da keine ganz feste Meinung, weil einerseits finde ich es großartig, wie Vanessa das beispielsweise macht, locker, leicht psychologische Inhalte leicht verständlich deutlich machen. So, dass auch Betroffene, die vielleicht noch nie erlebt oder gehört haben, dass zum Beispiel auch Menschen, die erwachsen sind, ADHS haben können. Die können darauf aufmerksam werden und sich da inspirieren lassen und merken, okay, das und das trifft auf mich zu, vielleicht könnte ich auch ADHS haben. Und ich warne immer ein bisschen davor, vor diesen Selbstdiagnosen. Man muss aber auch sagen, in Deutschland ist es super schwer, beispielsweise jetzt bei ADHS eine Diagnostik zu bekommen. Deshalb ist es dann, finde ich, wieder gut, dass in den sozialen Medien über psychische Erkrankungen aufgeklärt wird. Und ich mache das ja auf Instagram auch, eben weil sonst, dass vor allen Dingen dubiose Coaches, HeilpraktikerInnen für Psychotherapie, die dieses Feld übernehmen und das ist halt eher gefährlich. Hat auch sein Gutes. Ja, ich habe tatsächlich letztens lustigerweise auch mit Anke Glasmeier gedreht. Da ging es um nämlich Plätze in der Therapie, also in der Psychotherapie, die schwer zu kriegen sind. Die drei, die gerade frei sind? Ja, genau. Darüber haben wir eine Puls-Reportage gemacht, dass das eben ein großes Problem ist in Deutschland, an diese Plätze zu kommen. Das hat sie jetzt ja kurz indirekt auch angesprochen. Und ich war da bei ihr und wir haben so ein bisschen dann auch so Fälle durchgespielt. Es ist eben was ganz anderes, wenn ein Profi wie eine Psychotherapeutin wie die Anke Glasmeier vor dir sitzt und dann sofort einhacken kann, sagen kann, dich spiegeln kann. Ist da jetzt was? Ist da nichts? Was ist da genau? Und das ist eigentlich wichtig und deswegen, das ist sozusagen der Teil der Geschichte, wo ich sage, boah, das ist auf Social Media mega gefährlich, weil du kannst Leuten alles Mögliche einreden oder denen vollkommen falsche Tipps geben. Und Leute können auch das fehlinterpretieren, ne? Ja, erst mal so aus der Behandlungs- und Betroffenenperspektive würde ich ja sagen, boah, darf man eigentlich alles gar nicht auf Social Media machen. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, gerade bei so psychischen Problemen und so, da reden wir auch immer über Awareness. Und ich glaube, da kann Social Media natürlich schon sehr gut sein, dass Leute sehen, aha, also ich bin jetzt nicht ganz unnormal, das haben andere auch. Dass auch Leute, die das nicht, die kein Problem haben, das sehen und denken, ach so, ja stimmt, das gibt es auch. Also vielleicht ist mein Kumpel nicht nur einfach schlecht drauf, sondern vielleicht gehe ich mal anders mit dem um oder frag den mal oder schick den mal irgendwo hin oder so. Also ich glaube so, dafür ist es natürlich total gut. Ich habe auch viel über Rassismus und das Verhalten, was weiße Menschen an den Tag legen sollten, um, dass es dieses Problem nicht mehr gibt, über Social Media gelernt. Weil, nur weil du ja eine schwarze Person bist, heißt das ja nicht, du erklärst mir jetzt mal alles. Was ist denn mit dem N-Wort? Darf ich schwarz sagen oder sage ich farbig? Ach nee, farbig darf ich nicht, ach das ist ja witzig. Blablab so. Und du, also mir wurde gesagt, bitte nur mal jemand schwarzes nicht ansprechen und ständig Fragen stellen. Es ist toll, dass du interessiert bist, aber der ist wirklich jetzt nicht die Auskunft für dich. Und das ist ein tolles Medium gewesen, um, dass einer was sagt und vieles hören können. So, da musst du natürlich das auch wollen. Aber du kriegst es, wenn du es willst, kriegst du es aus Social Media raus. Ich sage, ja, es ist nicht alles schlecht. Aber auch nicht alles gut. Aber auch nicht alles gut. Wenn es ein Ende hätte, wäre es vielleicht ganz gut. Ja, es ist halt, es ist natürlich, natürlich ist es... Ja, eine Website als ein Neverending. Ja, klar, das ist Neverending. Auf der anderen Seite denkst du, okay, wenn ich jetzt zu dem Thema mehr wissen will, dann ist es Neverending und ich kriege noch mehr raus. Ich meine, es ist auf der einen Seite ein Problem, durchaus ein Problem, finde ich, jetzt in dem Kontext, wo wir gerade sind, so psychische Erkrankungen und so weiter, dass da alle alles sagen dürfen. Auf der anderen Seite, ja, das ist das Wesen von Social Media und jetzt mal so eher Demokratie-theoretisch getrachtet. Genau richtig, alle dürfen alles sagen. Also im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten geschenkt, wissen alle. Ja, auch schwierig. Sind sehr weit. Sind sehr weit, genau. Ja, und das am Ende, natürlich, und deswegen hauen sich da Leute auch zurecht die Köpfe ein und es werden extreme Sachen verbreitet, die man eigentlich, wo man denkt, das möchte man eigentlich nicht. Aber so ist es. Und im Großen und Ganzen, man kann immer über die Ränder und so diskutieren, aber das ist sozusagen die Freiheit des Wortes und der Meinung und der Entfaltung. Das ist ja erstmal was Tolles. Nichts gesteuert durch irgendwen, sondern du kannst da machen, was du willst. Apropos, jeder darf was sagen. Das finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, es gibt gerade sehr große Probleme und es wird noch größere Probleme geben, dass eben jeder schreiben kann, was er will. Weil, ohne belangt zu werden und noch schlimmer, mit irgendwelchen Fake-Accounts, da denke ich mir, ey Leute, das ist aber was anderes. Genau, absolut. Aber da denke ich mir, das geht nicht. Es muss, und da frage ich nicht, oh Mensch, liebes Instagram, könntest du da vielleicht was machen? Sondern ich finde, die Gesetzgeber global müssen sagen, wir können es nicht verantworten. Es gibt viele Jugendliche und sicherlich auch Erwachsene, die sich deswegen zum Teil auch umbringen. Das läuft uns aus dem Ruder. Es ist schon längst aus dem Ruder gelaufen. Und da reden wir nur noch von Hass, in Anführungsstrichen. Also das ist eine voll wichtige Diskussion. Und da gibt es ja dann auch wieder, glaube ich, sehr unterschiedliche Einstellungen und unterschiedliche Lager. Weil auf der einen Seite, also das eine Radikale wäre ja sozusagen Freiheit für alle. So, alle dürfen alles. Und man ist anonym. Genau, da sage ich nein. Der Urgedanke des Internets, anonym und so weiter. Warum, frage ich mich. Genau, warum? Da wäre jetzt das Gegenteil. Warum? Naja, weil es gibt nicht nur relativ gut funktionierende Demokratien wie Deutschland. Absolut, aber im Iran ist es auch, also im Iran läuft es nicht und das Internet ist gone. Genau, es gibt natürlich auch so Dinge dazwischen. Dann gibt es auch Sachen, ja, wenn ich anonym sein kann, dann kann ich erst meine Meinung frei sagen. Also ich glaube, es gibt schon legitime Argumente dafür, es auch anonym zu gestalten, sich auch ein bisschen der, sozusagen sowohl der gesellschaftlichen Kontrolle, als natürlich auch der staatlichen Kontrolle zu entziehen. Kann ja auch sein, dass ich eine Meinung habe, die ich loswerden will und die ist rechtlich legitim, möchte aber nicht öffentlich dazu stehen. Weil viele von diesen Anonymitätsverteidigern, und das meine ich wirklich anerkennend, die sagen ja, ganz ehrlich, gebt nicht zu früh und zu freiwillig diese Anonymität des Internets auf, weil das ist sozusagen eigentlich das Instrument der kleinen Leute. Ja, ja, total. Ausweis. Und das ist bestimmt riskant und das kann auch falsch genutzt werden und das ist bestimmt nicht nur toll, aber ich glaube, für mich wiegt das andere schwerer. Ich würde euch gerne noch was aufzeigen, was uns als sinnvoll weitergegeben wurde. Und zwar Alina von Fridays for Future sagt. Hi, ich bin Alina, ich engagiere mich bei Fridays for Future München und bin dort auch im Social Media- bzw. Instagram-Team. Ich würde sagen, Social Media oder insbesondere Instagram hat für uns eine ziemlich zentrale Rolle in unserem Aktivismus. Wir als Fridays for Future, die ja eine Klimaorganisation sind, die vor allen Dingen auf Massenmobilisierung setzt, sind eben ziemlich darauf angewiesen, sehr viele Menschen, so viele wie möglich zu erreichen, um unsere Streiks und Demonstrationen zu bewerben. Und vor allen Dingen Instagram bedient ja eine extrem junge Zielgruppe, denen wir eben innerhalb der Klimabewegung eine Stimme geben wollen. Und daher würde ich sagen, Instagram fungiert für uns wie so ein Informationskanal. Wir informieren über unsere Streiks, Aktionen und so weiter. Und gleichzeitig ist das auch wirklich der Ort, wo die meisten Menschen uns anschreiben und Teil der Orga werden. Das war bei mir genauso. Ich glaube, ohne Instagram wäre ich niemals bei Fridays for Future aktiv geworden. Und ja, ich würde auch sagen, es gibt kein wirkliches Tool, das Instagram und Social Media an sich ersetzen kann. Ja, willkommen bei Duo Informale. Es ist halt nicht so einfach. Natürlich ist es toll, aber man muss es halt regulieren, glaube ich. Social Media ist super, aber nicht so, wie es gerade ist. Ja, gut. Man muss es regulieren, ist jetzt eine sehr allgemeine Formulierung. Da kann man wahrscheinlich nichts ganz dagegen sagen, wie sehr man es regulieren muss, glaube ich. Das ist nur ein bisschen eine Diskussionsfrage. Natürlich hat sie völlig recht. Das ist ja auch das, was wir, glaube ich, schon gesagt haben. Freiheit des Wortes, Freiheit der Aktion sozusagen verbindet Menschen. Ich meine, das ist erst mal der Hauptzweck gewesen für das Social Media, so völlig klar. Und dass alle eben, dass alle was machen können, alle was aussenden können und sich dann eben auch wie bei Fridays for Future sich da zusammenschließen können und das so groß werden lassen können. Alles toll. Ich bin da ja auch überhaupt nicht dagegen. Ich habe jetzt nochmal darüber nachgedacht, wenn man bei diesem Positivbeispiel bleibt. Fridays for Future, klar. Die sind nur so groß geworden, weil es Social Media gibt. Völlig logisch. Wenn man jetzt deinen Vorschlag nochmal aufgreift mit der, ja, es darf aber nicht so anonym sein. Glaubst du... Hinten, hinter den Kulissen. Ja, genau, hinter den Kulissen. Also wenn sich jetzt, also würde sich an so einer großen Bewegung in der Gesellschaft, würde die irgendwie gestört werden oder spricht da irgendwas dagegen, dass diese, also hätten die sich genauso zusammengeschlossen und wäre das alles genauso groß geworden, wenn es diese Anonymität, die es jetzt noch gibt, nicht gäbe? Also wenn die sich alle auf ihren Plattformen hätten registrieren müssen mit Ausweis und Dings, glaubst du, das hätte einen Effekt darauf? Also ich glaube, ab wann ist denn Instagram? Das ist ja auch nicht ab Null, oder? Das ist ja eigentlich alles reguliert. Mindestalter für Instagram ist 13 Jahre. Das hat aber keiner nachgewiesen. Also bisher weiß das ja keiner nach, sondern du machst dann ein Konto und das kontrolliert keiner. Genau, und wenn man sich aber registrieren müsste mit Ausweis, um dass es nicht anonym ist, dann sind ja alle Fridays for Future AnhängerInnen, die unter 13 sind, haben ja eigentlich keine Handhabe, da mitzukommen, beziehungsweise über Fridays for Future, über Instagram informiert zu werden, außer sie haben ältere Freunde. Es gibt bestimmt Leute, die hätten gesagt, ich möchte meinen Ausweis nicht für diese Plattform hergeben und deswegen mache ich nicht mit. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Bewegung so viel Hass bekommen hat, dass dadurch Leute vielleicht abgeschreckt worden sind oder darunter gelitten haben. Ich weiß ja nicht, wie viel Hass gegenüber Greta Thunberg auf Instagram stattgefunden hat. Vermutlich viel. Viel, genau. Und deswegen würde ich fast denken, ach so, das könnte man gegeneinander aufwiegen, dass quasi dieser Hass nicht möglich gewesen wäre, weil du ziemlich schnell dann im Bereich der Beleidigung bist. Genau, deswegen würde ich sagen, ich glaube, es wäre ähnlich groß geworden, aber sicherlich hätten einige nicht mitgemacht, dafür gäbe es auch nicht so einen massiven Hass. Ja, kann schon sein. Aber es ist eine interessante Frage. Das ist ja, glaube ich, ein bisschen so, dass immer das demokratietheoretische oder gesellschaftliche Argument, dass gesagt wird, wenn alles zu sehr kontrolliert ist, dann sind bestimmte Dinge nicht mehr möglich, weil Leute eben denken, ich weiß ja noch gar nicht genau, wenn ich irgendwo anfange, wo das hinführt. Und natürlich, jetzt nehmen wir mal Fridays for Future, sind ja so ein bisschen, ich meine, da sind auch viele dagegen, ja, ich weiß, aber das sind ja trotzdem so ein bisschen so die VorzeigedemonstrantInnen. Jetzt nehmen wir mal die letzte Generation. Jetzt will ich gar keine Diskussion entfachen, wie gut oder schlecht diese Protestaktion ist, aber sie gibt es und sie haben ein gesellschaftliches Anliegen. Das ist ja nun absolut unstrittig und die entscheiden sich, eben einen Schritt weiterzugehen, nämlich durchaus Gesetz zu brechen für ihre Protestaktion. Und da ist natürlich dann die Frage, so, die funktionieren ja letztendlich ähnlich. Die müssen sich auch irgendwie erstmal kennenlernen, verständigen, organisieren, Aufmerksamkeit schaffen. Das heißt, diese hängen irgendwie auch an den Plattformen dran. Absolut. So, aber wenn die jetzt überall mit Ausweis hinterlegt und so, also nicht mehr anonym, nicht mehr ganz anonym vorgehen müssten. Jetzt ist ja die Frage, wenn diese Daten bei Instagram sind und ich bei der letzten Generation bin, kann da schon die Polizei sagen, also der hat noch nichts gemacht, die Ari, die hat sich noch nicht geklebt, aber ich könnte mir vorstellen, sie klebt sich bald. Deswegen hätte ich jetzt schon mal gerne ihren Ausweis. Das fände ich sehr, sehr schwierig. Also es muss krass fundiert sein, da ist die Straftat und jetzt hätten wir gerne den Ausweis. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich vielleicht auch extreme Proteste, die nicht so ganz eindeutig sind im Sinne von, war das jetzt strafrechtlich relevant, ja oder nein. Und dann, also es geht auf jeden Fall schneller, dass du eingecashed wirst und das glaube ich schon. Und das ist schlecht, genau. Und deswegen macht es ja die Frage so schwer. Die Leitfrage war ja, sollten wir Social Media nicht einfach löschen? Sofort, ja. Wir haben einen Gast, der noch einen Schritt weiter gegangen ist und eigentlich sein ganzes Handy gleich verkaufen wollte. Okay, na, jetzt übertreiben wir mal nicht. Oskar Tim Broke, erstmal hallo an dich. Oskar ist blutjung. Hallo, ja. Hi Oskar. Schön, dass ich da sein darf. Also offensichtlich die Webcam, die hast du noch. Ed Sheeran hat auch kein Telefon, der hat nur ein iPad und das, oder nee, der hat nur ein Tablet und das liegt irgendwo. Hast du kein Handy mehr, aber dafür ein Tablet, was immer zu Hause liegt und deswegen du dich von dem ganzen Schrott entziehen kannst? Also, mittlerweile habe ich auch wieder ein Handy. Ich habe mein Handy verkauft und habe dann hier eine Zeit lang mit dem Nokia gelebt. Also ich glaube, das waren insgesamt vier Monate. Bin dann aber letzten Endes wieder auf ein Handy umgestiegen und das ist jetzt auch meine Webcam. Oskar, dein Smartphone, was dein Handy nicht konnte? Also was es kann, das ist tatsächlich, würde viele überraschen, es hat tatsächlich WhatsApp und eine kleine Kamera ist auch drin. Und ja, telefonieren und irgendwie, ich glaube, Videos machen konnte ich auch. Also so die Basic-Sachen gibt es, aber man kann halt kein Social Media drauf installieren. Und für mich war das total wichtig sozusagen zu sagen, okay, ich möchte weiter einen Kontakt mit meinen Leuten haben, mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Aber ich habe halt keinen Bock mehr auf Social Media. Warum wolltest du nichts mehr mit Social Media zu tun haben? Ich habe letztes Jahr ein Auslandsjahr gemacht in Südfrankreich. Und also ich bin jetzt gestern bin ich zurückgekommen. Und das war ein ziemlich tolles Jahr und ich habe wirklich, also ich habe mir auch von Anfang an vorgenommen, diese Zeit will ich wirklich genießen. Ich habe wirklich mein Handy in diesem Jahr, was ich ja so genießen wollte, habe ich das so sehr benutzt, dass ich dann am Ende wirklich so war, so scheiße, ich kann meine Zeit hier nicht genießen, das stört mich mega, ich habe keinen Bock mehr, ich verkaufe das Scheißteil. Und wie sah dein Leben dann, direkt nachdem du es nicht mehr hattest, dein Handy, wie sah dein Leben dann aus? Also wie anders, was war alles anders? Wie anders war mein Leben? Also direkt positive Sachen, die ich sozusagen gemerkt habe, ich hatte auf einmal viel mehr Zeit und ich habe irgendwie auch gar nicht mehr so das Bedürfnis gehabt, mich einfach mal hinzusetzen und irgendwie am Handy zu hängen. Das ist halt einfach das Einfachste, was man machen kann. Das ist entspannt und dann setzt man sich einfach hin und dann kann man sich so ein bisschen berieseln lassen und dann ist alles gut. Und dieses Bedürfnis hatte ich dann auch gar nicht mehr, weil das gar nicht mehr so eine Option war. Dann habe ich irgendwie andere Sachen gemacht. Also ich hatte viel mehr Zeit für die Sachen, die man halt so in der Freizeit machen kann. Ich war einerseits, war ich total weg vom Fenster, also ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. Also es war teilweise dann auch so, da habe ich dann irgendwann mal, bin ich durch die Straßen gelaufen und dann gibt es ja diese Kiosks mit den Zeitungsständen und dann stand da irgendeine Schlagzeile. Ich war so, oh Gott, wie konnte ich das denn nicht mitkriegen? Also da war ich dann schon ein bisschen abgekoppelt, aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es war so viel leichter in meinem Leben und es gab so viel weniger Momente, die mich runtergezogen haben. Also so Motivationstrops, so kleine Tiefs, kennt glaube ich jeder im Alltag so. Und das war viel weniger, weil ich glaube, dass ich viel weniger diesen ganzen negativen Input hatte, der unterbewusst mich dann halt immer beschäftigt hat und bearbeitet hat. Und das klingt ja himmlisch, es klingt als ob das, also ich stelle mir vor, du sitzt dann auf deinem Balkon in Südfrankreich, denkst dir eigentlich heute... Wie Gott in Frankreich. Also ich fühle mich großartig und ich habe trotzdem noch Kontakt mit meinen Freunden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hast du wieder ein Smartphone? Nach vier Monaten habe ich dann irgendwann einfach so, leider auch ohne richtig drüber nachzudenken, mir wieder ein Smartphone zugelegt. Und ich habe mir das natürlich versucht, irgendwie so ein bisschen zu erklären oder schönzureden, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, war es halt einfach auch so, dass klar, es ist total schön, so diese ganze Zeit ohne Handy zu haben, aber du bist halt auch total alleine mit diesem Handy. Du bist der Einzige, der kein Handy hat, du bist der Einzige, der kein Social Media hat und wenn dann um dich herum alle Leute Social Media benutzen, wenn du gleichzeitig aber auch so lästige Sachen wie zum Beispiel Online Banking oder sowas einfach, das hast du nicht mehr. Also ich meine, Smartphone ist ja per se nicht Social Media, Smartphone ist halt Smartphone, es ist ein riesiger Werkzeugkasten, Mails und dieser ganze Online Banking, diese ganzen Sachen, die haben mir halt auch gefehlt. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt war es dann einfach zu viel und ich habe einfach, ich bin, ich sage mal, schwach geworden und dann habe ich mir mein Handy wieder zugelegt. Und jetzt, wo ich so ein bisschen auch das sacken lassen habe, meine Erklärung ist so ein bisschen, ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, ich muss jetzt was verändern, weil so kann es nicht weitergehen. Da habe ich also mein Handy verkauft, habe meine, diese drastische Veränderung gelebt und habe dann natürlich auch gemerkt, okay, es ist besser, es funktioniert. Mit der Zeit ist das dann halt so ein Ding geworden, dass ich dann halt mich mir mehr erlaubt habe. Da dachte ich so, ey, ich habe jetzt durch diese Zeit so viel gelernt, wenn ich mir jetzt ein Handy hole, dass ich werde, ich werde meine Erfahrung ja verwenden, benutzen können und ich werde dann auch wieder voll, ich werde das bestimmt besser machen als vorher. Und da ist mir dann jetzt auch aufgefallen, klar, man hat einen, also vier Monate hatte ich Pause und habe mir nichts mit dem Handy gemacht, aber diese ganzen Muster und Angewohnheiten, die man halt in den Jahren vorher mit Handy, die man sich so angeeignet hat und die wirklich so eingebrannt sind im Kopf, die sind immer noch da. Und das heißt, ich habe das Handy gekriegt und dann habe ich eigentlich auch direkt gemerkt, so diese ganzen alten Muster sind wieder, die kommen wieder. Es ist wie ein bisschen eine Entziehungskur und bei Süchtigen sagt man ja auch, es gibt so ein Suchtgedächtnis, das heißt, wenn man dann in alte Muster wieder verfällt oder in Reizen ausgesetzt ist, dann ist auch die Gefahr groß, dass die Sucht quasi wieder ausbricht, dass man das wieder auslebt. Jetzt will ich dich gar nicht zum Handysüchtigen machen, dann müssten wir uns ja erst recht hier zum Handysüchtigen machen, aber ich glaube so, die Muster dahinter sind natürlich ähnlich. Also was ich mir jetzt noch zum Schluss von dir erhoffe, mit deinen ganzen Erfahrungen, vor allem weil du das ja selbst so reflektierst, wenn jetzt Menschen sagen, ob nun über einen Detox und dann irgendwie einen Neustart, also wenn sie jetzt sagen, ich möchte gerne meinen Social-Media-Konsum am Handy reduzieren, hast du für die einen Tipp, wie man das dann dauerhaft auch hinkriegen kann? Ich glaube, was da sozusagen ganz wichtig ist, weil man während einem Detox halt diese Angewohnheiten, die so grundlegend verankert sind im Kopf, die bekämpft man nicht. Heißt, ich glaube, das sollte der Ansatzpunkt sein, dass man nicht sagt so, ich schiebe es jetzt eine Woche weg und danach kann ich so weitermachen wie vorher, sondern dass man wirklich versucht, okay, welche Angewohnheiten habe ich, was sind so die Sachen, die mich vielleicht dazu triggern, ans Handy zu gehen und dass man da sozusagen ansetzt und guckt, da sozusagen irgendwie was zu verändern. Danke dir. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, uns auch. Und toi, 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 liebe Grüße an dein kleines Handy. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, es muss auf jeden Fall weniger werden, aber abschalten würde ich es nicht, das sage ich ehrlich. Ich würde euch gerne noch was mitgeben und zwar hat Professor Dr. Montag uns gesagt, es gibt Möglichkeiten, um Social Media unattraktiver zu machen und deswegen die auch weniger zu nutzen und das ist eigentlich ziemlich simpel. Es gibt einen Schwarz-Weiß-Modus am Handy, der schon mal diese ganzen Farben und dieses ganze Ding rausnimmt, um es attraktiver zu machen. Push-Notifications ausschalten, das nicht die ganze Zeit bimmelt und auch ein recht simpler Tipp, aber ihm zufolge sehr wirksam, Social Media Apps vom Smartphone löschen und nur noch am Desktop nutzen. Ja, das tut weh, aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht. Das Problem ist, du kannst halt nichts mehr aufnehmen, das ist ja ein Datentransfer, dann erzählst du irgendwas auf Instagram und dafür musst du ein Video machen, dann musst du nach Hause, dann musst du in den Laptop ein, musst du auch Strom haben, der Akku muss voll sein. Das sehe ich nicht, aber das mit dem Schwarz-Weiß finde ich gar nicht schlecht. Ja, also die Frage ist ja erstmal, wie groß ist der Leidensdruck, der persönliche? Ja, finde ich schon, hier und da finde ich schon blöd. Ja, ich auch, aber ich glaube, so wie Oskar ging es mir jetzt noch nicht. Also, dass ich jetzt wirklich da saß und gedacht habe, ich verpasse zu viel vom echten Leben, das noch nicht. Doch, das hatte ich schon. Ja, okay, weil grundsätzlich, es ist ja nicht so, dass ich Social Media aufmache und sage, alles doof. Nein, die Idee ist super. Das Problem ist, glaube ich, dass der Konzern sich denkt, je besser ihr kleinen Puppen für mich tanzt, desto besser und das müsste weg sein und da müssen wir als EndkonsumentInnen vielleicht ein bisschen disziplinierter sein und auch ein bisschen mehr aware, was macht das eigentlich mit uns? Und ich glaube, wenn du in Gänze verstanden hast, was macht das mit mir und meinem Leben, dann fällt es dir ein bisschen leichter, es vielleicht ein bisschen weiter wegzulegen, als zu sagen, ach du, das ist ja eine ganz unterhaltsame Sache. Außerdem steckt da Sozial in Social Media drin, so schlimm kann es nicht sein. Ja, 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 klar. Wie würdet ihr also die Leitfrage beantworten, dann am Ende final? Ich meine, ich habe euch jetzt die ganze Zeit zugehört und ich kann es mir ehrlich gesagt schon denken, aber was antwortet ihr auf, sollten wir Social Media nicht einfach löschen? Ganz. Keiner bewegt sich. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Also ich finde das gut mit dem Desktop. Sagen wir es, wie es ist, ist mir zu aufwendig. Ich würde sagen, nicht löschen, aber nur eine halbe Stunde am Tag nutzen für den wirklich wichtigen Scheiß. Du hast einen Überblick, vielleicht mit Freunden kommunizieren, sich informieren über irgendwas und dann war es das. Dann klingelt ein Wecker und dann legst du es bitte hin und dann machst du real life. Das wäre mein Ding jetzt. Also ich könnte ja so ähnlich auf persönlicher Ebene so ähnlich antworten wie Ari. Das mache ich jetzt nicht, weil das ist langweilig. Ich beantworte diese Frage einfach mal, wie ich es entscheiden würde, wenn ich das für die ganze, ganz vermessen jetzt, wenn ich das für die ganze Gesellschaft tun dürfte, dann würde ich sagen, Social Media löschen auf gar keinen Fall, weil ich sage, die Errungenschaften von Social Media, die überwiegen. Aber, und das haben wir jetzt heute gar nicht so richtig besprochen, aber das finde ich auch was, was eigentlich auf der Hand liegt, der Umgang mit Social Media muss viel besser werden. Also ich glaube, wir müssen viel besser auch uns selber ausbilden darin und irgendwie auch Kinder schon früh ausbilden darin, wie man Social Media nutzt und das fände ich total wichtig. Wenn wir das schon als Kind gelernt hätten, wie man gute Strategien hat, mit Social Media umzugehen, dann glaube ich, würde es heute uns auch leichter fallen, sowas wie, ich lege es jetzt weg und ich kontrolliere mich selbst. Und eine halbe Stunde reicht. Und es ist Fiktion und keine wirkliche Welt. Jetzt müssen wir hier heute mit Ende 20, wo wir ganz erwachsen sind, müssen wir uns das so mühsam erarbeiten, dieses Handy wegzulegen. Ja, absolut. Das ist doch scheiße. Aber ich möchte auch noch mal stressen hier, dass die Konzerne einfach viel zu viel dürfen. Sehr gern. Okay, danke euch. So, wenn ihr euch jetzt überlegt habt, dass ihr kein Social Media mehr auf euren Handys haben möchtet, dann habt ihr natürlich mehr Zeit, zum Beispiel um den Podcast zu hören. Und da dreht es sich auch um soziale Medien und dieses Internet, was da auch noch auf uns zukommen wird. Der Podcast heißt Umbuch und ist der Tech-Podcast von BR24. Mit dabei ist auch eine Episode darüber, was Facebook laut der Whistleblowerin Frances Haugen so gefährlich macht. Zu hören in der ARD Audiothek alle zwei Wochen Mittwochs. Und unseren Podcast Duo Informale gibt es ab jetzt jeden Donnerstag neu. Redaktion dieser Folge hatte ich, Lukas Staus. Autorin war Kathi Geschirr. Für Schnittproduktion und Kamera war Matthias Almer verantwortlich. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt sie uns gerne einfach an duoinformale-at-br.de. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Bis nächste Woche. Jo, und kommentiert auch ruhig fleißig mit auf den Plattformen, wo das geht, wenn ihr noch auf Plattformen unterwegs seid. Arbeiten, nehmt uns Sterne, followt uns, follow for follow, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.